So, hallo und herzlich willkommen zurück. Arbeit für alle. So, dann wollen wir mal gucken. So, natürlich gucken hier. Wir haben natürlich wieder Schmuggler. Künstler, Lehrer, Journalisten. Technische Inspektion muss man auch durchführen. Farbe grün, grh. Kassas, damen. So, weh, du fährst durch. Stellst du gleich mal aus hier. Auch wenn du mit dem Papier jetzt in der Hand drückst, aussteigen, bitte. Raus, danke. Die Scheibe hat runtergedreht. Wir gucken gleich mal durch. Stoßstange vorne fehlt. Der Spiegel ist dran. Der hintere Spiegel ist kaputt. Mal gucken. Und Räubericht. Ja, kommt natürlich aus dem. Äh, fehlende Stoßstange. Scheinwerfer einmal. So, Prachtbrief. Okay, warte mal. Heuballen. Bananenkiste. Übereinstimmung des... Nicht Übereinstimmung. Ist schon mal... Arbeitskarte. Mechaniker. Hm, hm. Du hast doch irgendwas verbergen, Kleiner. Das rede ich doch schon. Das ist schon mal nicht erlaubt. Leider aus. Wieder fett ist weg. Wie ich schon gesagt. So. Aja. Aja. Kein Lappel. Heu mal einfach wieder. Ja, 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 ja. Wir müssen gut umgehen. Wir müssen ganz genau sein, mein Freund. So. Kiste. Aber du kannst trotzdem nicht rein. Auch wenn du nicht schmuggeln durst. Du kannst leider nicht in mein Land. Karl! Halt! Hier packen wir mal rein, dass die Lumpen. So. So. Du kannst trotzdem nicht in mein Land, mein Freund. So. Trotzdem. Oh, warte mal. Wo soll der drüben schmuggeln? Gucken wir jetzt noch mal. Oh, die Karosserie ist auch kaputt. Mit deiner... Dings haben wir ja noch. Zwei Sachen hast du nämlich falsch. Tsch. Und das kann man auch nicht zulassen. Aber wenn der Drogen hat, dann... Hat der aber gut versteckt, du. Hm. Aber er kann trotzdem nicht rein. Münzenverbrecher ist ein Leuchbächer. Ähm. Zack. War wir hier grad. Naja. So, Kumpel, du steckst mal jetzt ein. Gucken wir mal hier. In der Zeitung. Arbeit für alle, um die Moral der jungen Generation zu schützen. Stützen. Führt der Partei Beschluss die allgemeine Arbeitspflicht ein. Jedem Bürger wird ein Beruf zugewiesen, der ihm ein Leben in Würde und Wohlstand ermöglicht. Gleichzeitig wird angesichts der mangelnden Nachfrage an bestimmten Berufen eine Liste der unbrauchbaren Berufe erstellt, die das Beschäftigungsniveau in bestimmten Wirtschaftszweigen regeln wird. Die Regierung schafft neue Arbeitsplätze. Entschuldigung der Königin. Während des gestrigen Besuchs einer Delegation aus dem Königreich RK hat sich die Königin Kailaner persönlich bei Igor Akrasov für den jüngsten Vorfall entschuldigt. Die Regierung hat in ihrer Güte beschlossen, das Embargo für Waren aus dem Königreich aufzuheben. Okay? Gut, dass ich das weiß. Also brauche ich jetzt nicht mehr darauf achten, die wegzuschicken. Na komm. Okay, deswegen steht das jetzt nicht mehr dran, oder? Fachtbrief. Nee, das steht jetzt nicht mehr dran, deswegen. Haben wir es richtig? Ja. Ich habe noch nicht alles gefunden, aber okay. Autofarbe. Grün. GRH. Grün. 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 So. Du steigst mal bitte aus. Wir müssen alles jetzt kontrollieren. Ah, nochmal ein Schild. Weiß ich nicht, kann ich noch nicht kontrollieren. Kommt der später? Gib mal her deine Papierchen. So. Guck mal mal. Ist so pracht. Was willst denn du arbeiten? Journalist du darfst schon mal nicht rein. Es tut mir leid, was da rauskommt. Aber aktuelle Bestimmungen. Gut, ich bin 17. Juli. Okay. Ähm, hallo? Ach hier. Mein Stimmung. Ja ja, trotzdem. Das kontrollieren wir noch. Ja ja, warte mal. Bleib mal hier jetzt hier. Es kommt noch immer noch, ob da irgendwelche... Spiegel fehlt schon mal. Beide Spiegel. Oder ist das nicht mit Spiegel? Hm. Beide Spiegel, wenn das mit Spiegel ist. Kann man das nicht irgendwie nachgucken? Ja. Autos. Vorzeuge. Vorzeuge, was ist das? Das müsste ein Subet... Nein, das ist kein Subet. Das Ding. Serienmäßig Spiegel dran. Okay, dann sind schon mal die Spiegel weg. Für eine Spiegel. Zwei Stück. So weiter geht's. Ansonsten alles in Ordnung hier Rückspiegel kaputt Sprungne Scheinwerfer einmal so ganz trotzdem nicht rein ist mir jetzt egal ob jetzt noch irgendwas wird Interessiert mich nicht aber egal du bist Journalist und sowas haben wir ja nicht gern Wir sehen uns noch ja 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 im Knast Dämonen so wir suchen grün die Republik und den Dienst Grün ist das grüner? Der sieht nicht mehr aus wie blau Habe ich es richtig? Ich hoffe doch 130 ok Da sehe ich schon Kaputten Reifen Was bist denn du? Komm mal raus aus der Küste Du hast nicht dabei Gepäck hast du auch nicht Aber wir müssen schon mal kaputten Reifen hinstellen Na ja ja Besucher Kaputte Reifen schon mal Ok wir haben kaputten Reifen Die Licht ist in Ordnung, Stuhlstangen ist dran Das ist auch in Ordnung, wir brauchen mal rinnen Kann ja seh Fest nehmen Ich habe Falschgeld gefunden Du Lump So jetzt müssen wir das noch auseinander nehmen hier Die Bucht hier Alles Falschgeld habe ich schon gesehen da unten So offensichtlich So Rein da in die gute Stube Geht doch mal rein da Kann ja nicht sein Nur das Du wirst mich da verarschen Hier ist der Motor Ernsthaft? Der will mich verarschen Willst du da ein bisschen Falschgeld? Riskiert der echt sein? Das heißt aus dem Falschgeld aber geht ja nicht Ernsthaft? Ging das ein bisschen? Ging einmal Falschgeld? Ja wollte ich gerade sagen Ja warte mal Wir ducken uns mal Ich bin jetzt mal hier ganz nah dran vorbei Ha Hab ich es doch gewusst Noch einmal Falschgeld wunderbar Der Batterie war nichts oder was? Motor habe ich auch nichts gesehen Habe ich doch Stoßstangen haben sie auch Also einen haben wir jetzt schon mal Ich gucke noch mal Motor rein Ich schalte ihn mal bitte hin Natürlich alles kriege ich natürlich nicht hier Ist ja wohl logisch Manchmal sind die sehr gut versteckt Okay ist jetzt egal Komm steh auf Räum mal weg Wir wollen weitermachen Räum mal den Mist bitte weg Karl Räum mal weg Und dann guck mal Alles haben wir nicht erwischt Doch 130 Wir haben alles erwischt diesmal Cool So Welcher ist der Mac hier noch von Ah Der Nummer da Okay Grün Da hinten ist grün Oder Das wäre ja wunderbar Das wäre ja wunderbar Wenn der zwei Schmuggler erwischen Du steigst trotzdem aus Du kannst dich hier nicht zurücklehnen So Stoßstangen ist da Alle beide Spiegel sind da Hast du Fracht? Stimmt oder? Oder ist das leer? Du hast Fracht So Wir machen erst mal das normale Übereinstimmung Zack 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 Und das ist auch in Ordnung Du willst Frag die Räumer mal schnell aus Weil das ist mir zufrieden Das ist mir jetzt da Ahja Wir können mal draußen schön machen Äh wir müssen sowieso gucken ob die Fracht in Ordnung ist Da komm Einmal Klo Okay Hammer So So wir haben alles Ähm Viermal Seife Check Eine Toilette Check Ein Kühlschrank Check Zwei Waschmaschinen Check Fünfmal Düngemittel Alles in Ordnung Okay Da habe ich diesmal nichts zu beanstanden Erstmal auf den ersten Blick So du packst mal jetzt das Zeug wieder ein Danke Aber der Grüne da Der könnte da bauen Da müssen wir aufpassen Waffe Hammer Ich weiß ja nicht wie viel der ist bei Dings Ähm Kostennot Dann würde ich mir nämlich eine neue Waffe holen So ist alles in Ordnung Stempel können wir später machen Kürtig für siebte Mai ist alles in Ordnung Siebte Oktober Alles okay Und genehmigt Willkommen in mein Land Vielen Dank Auf Wiedersehen So Du Lappen Du kannst gleich mal hier durch Du kannst mal mitkommen Na wirst du wohl nervös oder was Das ist nämlich Farbe Grün Was ist denn los So perfekte Inspektion Du steigst mal erst mal aus Du hast nämlich Farbe Grün Du hast nämlich Gepäck Und Und So Moment Okay Komm mal erst mal Komm mal her Papiere Neh mal Papiere Du bist nämlich der Letzte hier heute Mit meiner Liste Okay So Wir gucken nämlich gleich mal durch hier Naja Werden wir sehen hier Du Lappen Ob die Schnüppelrakete hier nicht schwindet Und wenn sie nicht schwindet ist okay Dann bist du der Erste der Mal nix hat Hast du hier noch was drinnen liegen Zwei Hühner Raus damit So jetzt gucken wir mal Gucken gleich mal rein Dürfen wir ja So dann guck mal Äh Besteht ich da gefragt Gepäck Fünf mal Zweimal Hühnchen Holzfäller Nimm mal weg Ich weiß Das hier Du darfst ja wieder rein Die Bestimmung ist ja Weg So Arbeit Holzfäller 9. Dezember Das ist alles in Ordnung Ähm Wo ist er denn Karl Setz dich doch nicht mal hin Karl Mann Natürlich genotze So Ich bin auch so nett und lieb Und Tumor Zumachen Und gehe nochmal schnell durch hier Hervor ich hier Moment Technisch auch alles in Ordnung Bist du Der Nächste der einreisen darf Bitte sehr Na endlich So Das ist der letzte Für heute So So Werde ich jetzt mal dieses zum Ende Ich wünsche euch noch alles Ach Sieh mir gleich schon Ein paar Torte rein Und Tschüss